Damit versüßt Viola Wedekind allen Sturm der Liebe-Fans den Tag. Für die Schauspielerin ging es zu einem Fan-Event und dafür hatte sie nicht nur ihren Partner Sven Wasner im Gepäck. Wie ein Foto zeigt, das Viola auf Instagram veröffentlichte, gab es eine süße Sturm der Liebe-Reunion. Denn auch Lena Konzendorf und Johannes Huth schlossen sich den Schauspielern an. Lena spielte in der 18. Staffel die Traumfrau Josie, Johannes ist noch als Gary dabei. Zwischen den Stars scheint während ihrer gemeinsamen Zeit am Set eine enge Freundschaft entstanden zu sein. Ob wir alle vier wohl mal wieder zusammen bei Sturm der Liebe sehen werden? Ausgeschlossen ist das zumindest nicht. Über ein Comeback von Viola als Ariane würde sich sicherlich der ein oder andere Fan richtig freuen!